Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chala und ich will mich hinterführen euch in Battle for S.R.D. unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Mythic Plus und PvP Kisten Opening präsentieren. Ich war letzte Woche wieder fleißig und bin sowohl Mythic Plus gelaufen, was haben wir denn gemacht genau in 15er Key, und ein bisschen Arena haben wir auch gespielt, auf ein bisschen über 1700 sind wir, sprich wir müssten einmal hier ein 460er Item rauskriegen und aus der Mythic Plus Kiste ein 475er, und ja, wir schauen mal, was wir rausbekommen, ein bisschen Azerid müsste auch noch dabei sein, Titan Residium kann man natürlich immer gebrauchen. Wir haben hier auf Wildheit stehen, und ja, drückt mir die Daumen, vielleicht gibt es auch ein tolles Corrupted Item, mein Echoing Void ist ja leider jetzt genervt worden, und jetzt könnte ich ein paar neue Sachen brauchen, und oh, das sind Handgelenke, was haben wir bekommen, 3975 Artefakt Power oder Artefakt Macht hier an der Stelle, 2150 Titan Residium, ja, kann man auch gebrauchen, jetzt schauen wir mal an, was wir hier bekommen haben. Wir haben ein Handgelenk bekommen mit Crit Mastery, was jetzt nicht unbedingt die guten Stats sind, die ich brauchen kann, Verderbnis 10 ist relativ low, und dann sind es hier an der Stelle nur 6% Crit, und Crit ist mein schlechtes Set, also das werden wir auf jeden Fall runternehmen. Vielleicht ziehe ich die an und ziehe dafür mein 470er Ring an, den ich das letzte Mal bekommen habe, aus dem HC Raid. Da hatte ich ja, wo haben wir denn denn den hier? Das macht hier 6% quasi von meiner maximalen Gesundheit als, ja, AE-Schaden. Das könnte vielleicht ganz nett sein, dann nehme ich vielleicht einmal Echoing Void und einmal die Geschichte, und nehme dafür noch die Handgelenke und reinige die halt runter, weil diese 6% mit Crit bringen mir, glaube ich, jetzt tatsächlich nicht so viel. An Schlüsselstein haben wir gekriegt einen tiefen Full-Cue, och ja, den kann man machen, ist halt nur ein 14er an der Stelle. So, dann gucken wir mal, ob man jetzt aus der PvP-Kiste irgendwas Tolleres rauszieht, das war jetzt leider eher ein bisschen Flop. Crit ist genau der Stat, den ich nicht brauche tatsächlich. Ich hoffe mal, dass da jetzt was richtig, richtig Krasses drin ist. Ich müsste mir das später mal durchsimmen, ob es sich vielleicht irgendwie rentiert, auch den Crit-Wert draufzulassen, aber ich bezweifle das tatsächlich mal. So, schauen wir mal, was wir hier drin haben. Ein bisschen, ja, hier, oh, warte mal, sind das nochmal Handgelenke? Es sind nochmal Handgelenke, okay. Was haben wir hier? Hier hätten wir gute Stats drauf, einmal Vielseitigkeit und Mastery an der Stelle, und dann haben wir noch eure Zauber- und Fertigkeiten, haben eine Chance, euch Augenblick der Klarheit zu gewähren, wodurch bei einem folgenden Zauber die Abklingzeit um 3 Sekunden verringert wird. Okay, hört sich jetzt ehrlich gesagt nicht so krass an, aber anscheinend ist heute Handgelenketag, haben wir zweimal bekommen und ja, zumindest durch das Item, das hier 4,75 ist, sind wir jetzt mit dem Grund-Item-Level über 4,70 rübergekommen, sieht immer ganz schön aus, wenn man sich irgendwo bei Gruppen anmeldet, wenn man 4,70er Item-Level hat, bringen tut es an sich natürlich relativ wenig, wenn das hier nicht gut ist von den Stats, beziehungsweise vom Corruption-Effekt, aber naja, besser als nix. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart, und ja, wenn ihr wollt, schaut das nächste Mal wieder rein, schreibt mir gerne rein, ob ihr irgendwas Krasses rausgezogen habt, würde mich auf jeden Fall interessieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal, ciao!